Herzlich willkommen zurück zum Stream Red Value und es geht hier weiter mit einem absoluten Highlight-Thema. Vor kurzem wurde seitens der Starfinance eine Tochterfirma gegründet mit dem Namen Wallis. Und was die Kollegen da so machen und wofür Wallis überhaupt steht, das erfahren wir gleich von Martin Schafranski, Geschäftsführer, und Florian Schwabel, Business Developer, beide von der Wallis GmbH. Herzlich willkommen, ihr beiden. Vielen Dank. Moin. Genau, und wir sind auch schon sehr gespannt, was ihr beiden uns mitgebracht habt. Eure Kino trägt nämlich den Titel Open Banking Neu Gedacht mit Wallis. Wir sind alle schon sehr gespannt, was ihr uns da erzählen werdet. Und Martin, du machst den Anfang. Ich mache den Anfang. Da würde ich dir einfach mal das Zepter übergeben und wünsche euch viel Spaß und dem Publikum natürlich auch. Das stage ist yours. Dann erstmal herzlich willkommen zu unserer Keynote. Wallis ist noch nicht jedem ein Begriff. Das wollen wir in den nächsten Minuten ändern. Wenn ihr Fragen habt, wir versuchen am Ende ein bisschen Zeit überzulassen. Einige bekannte Gesichter hier vor Ort. Es ist toll, wieder hier vor Ort zu sein und mal ein paar Leute auch live wieder zu sehen. Ich freue mich sehr. Wir haben schon mit ganz vielen heute gesprochen. Ich hoffe, der Livestream hat auch hoffentlich viele Fragen. So viel erstmal zu uns. API-basierte Geschäftsmodelle. API ist irgendwie so ein Buzzword, was wir in den letzten Jahren immer wieder gehört haben. Ist eigentlich gar nichts Neues für uns als Sparkassenfinanzgruppe. Ich glaube 95, 94, wenn man es genau nachschlägt. HBCI, FintDS, alle Evolutionsstufen dazwischen. Das waren immer schon Schnittstellen, wo man Kontoinformationen abrufen konnte, wo man unterschiedliche Geschäftsverfälle auslösen konnte. Da waren die Sparkassen und die Banken eigentlich schon immer relativ weit. Ja, das war nicht restvoll, das war noch nicht so unglaublich intuitiv nutzbar, auch als den Entwickler nicht so einfach anzubinden, sehr proprietär. Aber es funktioniert. Und es funktioniert bis heute und es ist immer noch da. Jetzt hat andere, also andere Branchen haben uns vorgemacht, API-basierte Geschäftsmodelle funktionieren eigentlich relativ gut. Ich meine, Salesforce kennt irgendwie jeder das Beispiel, dass sie mittlerweile nicht nur mit ihrer Software irgendwie Umsätze machen, sondern auch mit am Ende des Tages der Nutzung der APIs von Salesforce mittlerweile signifikante Umsatzanteile irgendwie als Konzerne wirtschaften. Wir glauben daran, dass das auch als Bankengruppe oder als Bank insgesamt möglich ist. Die PSD2 hat dazu 2018, als die EU-Richtlinie in Kraft getreten ist, den Weg dafür geebnet. 2019 gab es die Übergangsphase, seitdem gibt es die Access-to-Account-Schnittstellen am Markt. Und das ist eigentlich die Basis, die nochmal eine ganze Menge Rückenwind für das ganze Thema Open Banking gebracht hat. Aber wie der Markt insgesamt aussieht, da übergebe ich am besten mal an Florian. Der kennt sich da noch viel, viel besser aus. Ja, wir haben uns vorgenommen, so ein bisschen nicht nur was zu uns zu sagen, sondern allgemein auch nochmal unsere Sicht auf die Marktsituation ein bisschen darzustellen, um vielleicht heute noch den einen oder anderen Mehrwert einfach noch zu liefern. Und was wir im Open Banking einfach gerade sehen, ist, dass der Markt sich einfach weiterhin wahnsinnig dynamisch entwickelt. Das hat auch was damit zu tun, dass der Need einfach weiterhin richtig hoch ist. Denn die Schnittstellen, PSD2 ist da, ja, es ist auch ganz schön, aber die Schnittstellenlandschaft ist weiterhin einfach wahnsinnig heterogen und komplex. Und der Need, dass es da jemand gibt oder dass es da mehrere gibt, die diese Daten, diese Informationen aus dem Konto aggregieren, der ist einfach weiterhin da. Die Komplexität dahinter bleibt einfach sehr hoch. Und so sehen wir im Markt, und das ist ja mittlerweile nicht nur ein deutscher, sondern ein europäischer Markt, einfach sehr, sehr viele Open Banking-Anbieter. Und wir sehen auch, dass in diese Anbieter weiterhin sehr viel Geld investiert wird. Einerseits, weil man weiß, dass sie diesen Need nach Reduzierung der Komplexität irgendwie befriedigen. Gleichzeitig aber auch, weil die Wertschöpfung und die Relevanz dieser Analysen, dieser Zahlungsströme so relevant ist, dass es sich lohnt, hier weiterhin Gelder zu investieren. Das sehen wir in Deutschland bei den deutschen Anbietern. Das sehen wir aber auch, wenn wir auf europäische Anbieter schauen, die zum Unicorn werden, die teilweise auch von den großen Kartenanbietern aufgekauft werden. Das heißt, wir sehen einfach, dass hier ganz viel los ist. Und wir sehen auch, und das hat in Deutschland schon sehr früh begonnen, dass die Realität nun mal ist, dass es zwischen Kunde und Hausbank einfach Dritte gibt, die in Teilen einfach in der Wertschöpfung dazwischen sitzen. Wer sagt, ich möchte vielleicht nicht die S-App als meine Banking-App nutzen, sondern ich möchte vielleicht einen Finanzguru und so weiter nutzen, der macht technisch zumindest immer mit Bekanntschaft damit, dass es da irgendeinen Dritten gibt, der die Daten agriert und eine Fremd-App wie ein Finanzguru oder eine andere App gibt, die diese Daten entsprechend anzeigt. Das sind alles Wertschöpfungen, wo die Sparkassenfinanzgruppe in Teilen heute eigentlich nicht so richtig stattfindet. Wir glauben aber tatsächlich daran, dass Banken, die gerade im Rahmen der PSC 2 eben Informationen quasi kostenlos rausgeben, an dieser Wertschöpfung und an diesen Erlösströmen in Zukunft viel stärker wieder beteiligt werden können. Und das ist etwas, was wir auch als Wallis irgendwie sehen und weiter verfolgen wollen, dass hier Erlösströme zu holen sind. Es findet aber eben auch nicht nur so eine Konsolidierung im Markt statt. Wir sehen aber entsprechend auch, dass die Anbieter, die noch da sind, und das sind wie gesagt noch sehr viele, dass sie sich natürlich versuchen, voneinander abzusetzen und zu differenzieren. Was die in Europa natürlich irgendwie alle eint, ist, dass sie API-basierten Zugang auf Zahlungskonten letztendlich eigentlich als allererstes anbieten. Das heißt, was sie alle tun, ist, Zahlungskonten über PSC 2 anbieten und das ist etwas, wo man sich ehrlicherweise auch nur so bedingt differenzieren kann, weil die Umsätze in so einem Konto sehen nun mal ziemlich gleich erstmal aus. Aber natürlich kann man darüber hinaus versuchen, sich zu differenzieren. Das Erste, was viele tun, ist, dass sie eigentlich so in die Breite der Wertschöpfung differenzieren. Das heißt, ich binde möglichst viele Banken an, möglichst in vielen europäischen Ländern und möglichst auch vielleicht noch über Zahlungskonten hinaus, dass ich noch andere Kontoarten anbinde. Das Zweite, was wir sehen, ist, dass natürlich einige auch in die Tiefe gehen. Das heißt, ich binde nicht nur möglichst viel breit an, sondern ich versuche nicht nur Rohdaten abzuholen, sondern diese Umsätze zu analysieren, zu interpretieren in Form einer Umsatzkategorisierung, Life-Changing-Moments zu erkennen, Verträge zu erkennen, also alles das tiefer reinzuschauen, Scoring-Daten oder Scoring irgendwie zu erkennen, Risk-Indikatoren zu erkennen, also einfach tiefer in die Daten reinzuschauen. Was wir auch sehen, was viele tun, ist mittlerweile zu sagen, wir bieten einzelne Use-Case-spezifische APIs an. Was bedeutet das zum Beispiel, wenn man vor ein paar Jahren mit einem Open Banking-Anbieter zusammengearbeitet hat, dann haben die üblicherweise eigentlich immer gesagt, hier ist die API und was du bekommst, ist eine komplette Umsatzhistorie und alles das, was du brauchst, musst du dir da irgendwie raussuchen. Wenn ich jetzt aber einfach nur wissen möchte, ob jemand vielleicht gut ist für ein 300 Euro Kreditrate, dann möchte ich eigentlich nur die Information liefern, ist der gut für 300 Euro und dann kommt vielleicht auch einfach nur noch zurück, ja, ist er oder ja, ist sogar sehr gut, weil da sind nämlich noch jeden Monat im Mittel noch 600 weitere Euro, die man irgendwie ausgeben könnte. Das heißt, wir werden sehen, und das tun einige Anbieter auch, dass sie sehr Use-Case-spezifische APIs einfach anbieten für eine Kreditstrecke, für Personal Finance Management-Lösungen, für Erkennen von Verträgen und solche Dinge und man eben nicht mehr die große API mit ganz vielen Endpunkten braucht, um zu verstehen und auszuwerten, was in dem Konto eigentlich vor sich geht. Was alle auch dann oft eint, ist, dass sie natürlich versuchen, ihre Prozesse irgendwie zu verschlanken und weiter zu automatisieren. Also das, was jetzt in den ersten Jahren vor allem auch immer sehr hands-on und sehr manuell passiert ist, wie wird ein Partner eigentlich ongebordet, das findet weiter immer mehr automatisierter statt, immer mehr in Portalen statt, immer mehr in Self-Services, soweit die Regulatorik das dann im Zweifel auch tatsächlich zulässt. Das heißt, was wir hier sehen zusammengefasst, sehr viele verschiedene Strategien zur Differenzierung. Ich behaupte mal, die Anbieter, die wir in Europa so kennen, keiner macht das alles so gleich. Ich glaube, der eine geht irgendwie mehr auf, ich versuche in ganz vielen Ländern Fuß zu fassen und dann gibt es eher so ein paar nationale Player beispielsweise, die vielleicht sagen, wir gehen etwas tiefer in die Analyse und so findet jeder eigentlich so seine Strategie und auch so ein bisschen vielleicht auch seine Nische. Was hat das eigentlich mit uns, mit Wallis zu tun? Ja, wir haben auch eine BaFin-Erlaubnis als Content-Informations- und Zahlungsauslöse-Dienst. Da sind wir sehr stolz drauf. Da haben wir ein gutes Jahr irgendwie dran gearbeitet. Ich bin da deswegen auch sehr stolz auf die Kollegen drauf, weil wir ein verhältnismäßig kleines Team eigentlich sind. Und das so zu wuppen, ist einfach eine wahnsinnige Leistung. Wir haben eine tolle Resonanz gekriegt in den letzten Tagen und Wochen, nicht nur durch Medienpräsenz, sondern auch, weil uns Leute irgendwie angesprochen haben, uns gratuliert haben und einfach mal so eine Bestätigung gegeben haben, dass das eine gute Leistung, eine gute Arbeit ist. Und so können wir heute, Technik war auch schon vorher da, so können wir heute eben denjenigen Partnern, die über keine eigene Erlaubnis als Konto-Informationsdienst oder Zahlungsauslöse-Dienst verfügen, die Möglichkeit geben, uns technisch zu nutzen und dabei eben auch das in einem regulatorisch konformen Kontext unter der PSD2 oder beziehungsweise ZAG zu tun. Das ist also mal sehr, sehr viel wert für uns und auch unsere Partner. Was steckt dahinter? Das ist immer so das Big Picture, das man vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon mal gesehen hat. Was wir letztendlich ja technisch eigentlich tun, oder ja, um mehr oder minder technisch mal so ein Big Picture zu geben, was wir da tun, ist ja letztendlich eigentlich, dass wir eine Plattform haben, auf der wir diverse Fremdbanken angebunden haben. Eigentlich dürfte man gerade so in Deutschland keine relevante Fremdbank eigentlich vermissen. Wir binden die alle über verschiedene Konnektoren an und sorgen dafür, dass sie über eine API für unsere Partner verfügbar gemacht werden. Und das ist eigentlich das, was ich vorhin am Anfang beschrieben habe. Das ist für mich weiterhin der größte Mehrwert, den Open Banking-Anbieter eigentlich bieten, dass sie aus der Komplexität der verschiedenen Fremdbanken diese Komplexität rausnehmen und dafür sorgen, dass du einen technischen Stecker hast, den du in deine Systeme implementierst, um am Ende Zugriff auf möglichst alle relevanten Finanzquellen zu bekommen. Und das tun wir damit. Was können wir darüber tun? Wir ermöglichen unseren Partnern, und das ist völlig egal, das ist eine RESTful API, das ist so, generischer geht es ja fast gar nicht. Es ist fast egal, was unsere Partner damit machen und wo sie das einbinden. Wir ermöglichen unseren Partnern, Konto- und Informationsdienste und Zahlungsauslesedienste für ihre Kunden anzubieten. Unsere Kunden und unsere Partner haben darüber die Möglichkeit, eben Zahlungskonteninformationen abzufragen. Das funktioniert selbstverständlich auch für Nichtzahlungskonten. Das funktioniert für Depots. Partner und ihre Kunden haben über uns die Möglichkeiten, Einzel- und Sammelüberweisungen einzureichen. Und so besteht halt die Möglichkeit, mit so einer recht klassischen Open Banking-Plattform eben Umsatzinformationen abzufragen, auch Meta-Kontoinformationen abzufragen, Zahlungen einzureichen. Also das, was man klassischerweise so kennt. Wir bieten die Möglichkeit, dass man uns einerseits nutzt mit einem eigenen PST2-Zertifikat, wenn man selber reguliert ist. Wir bieten aber, wie gesagt, auch die Möglichkeit jetzt seit einigen Wochen, dass man uns eben nutzen kann, wenn man kein PST2-Zertifikat und keine Erlaubnis bei der BAF oder anderen Aussichten mitbringt, dass man uns dann auch nutzen kann. Man kann uns nutzen, indem man uns als Durchlauferhilter nutzt, indem man die Daten einmal durchzieht und sie sofort von der Bank abholt und sie sofort bei sich benutzt. Man kann die Daten bei uns aber auch gerne zwischenparken, wenn das für den Use Case irgendwie hilfreich ist. Und wir bieten eben auch die Möglichkeit, wenn man sagt, ich möchte die eigene Komplexität noch weiter reduzieren, wir bieten da die Möglichkeit, dass man über grafische Snippets eben diesen ganzen Einrichtungsflow des Kontos auch nicht komplett selber bauen muss. Was die Kunden nämlich der Partner natürlich tun müssen, die müssen ihre Einwilligung geben. Einwilligung bedeutet unter anderem, sie müssen ihre Login-Daten für ihr Online-Banking eingeben, müssen dann in sehr vielen Fällen auch noch eine Tannen eingeben, damit ja dieser ganze Datenfluss eigentlich funktionieren kann. Das kann tatsächlich auch so ein bisschen frickelig und fisselig sein, da die gesamten Frontends zu bauen. Wer das nicht tun möchte, aber auch über eine eigene Erlaubnis verfügt, kann trotzdem auf unsere grafischen Snippets, so nenne ich ihn mal, zurückgreifen und kann da eben eine User Experience haben und einen Flow haben, der möglichst einfach ist und dass du eine ziemlich wartbare Lösung für dich hast. Jetzt haben wir nicht nur Technik und Regulatorik. Was nützt das Ganze, wenn du nicht irgendwie ein Use Case oder einen Partner hast, die das am Ende auch nutzen? Das ist ja eigentlich das Spannende, sonst ist es alles irgendwie nur eine Hülle. Und ja, wir haben natürlich auch Partner. Wir sind sehr stolz, dass wir mit Beginn, mit Start unseres Geschäftsbetriebs als Konto-Informationsdienst und Zahlungsausdienst auch gleich eigentlich einen wirklich tollen Partner für uns gewinnen konnten. Das ist in diesem Fall Bevestor. Das ist insofern auch eine wahnsinnig tolle Story, weil diese Lösungssenz-Sparen hier im Hub tatsächlich mal, ja genauer gesagt nicht hier, sondern in alten Räumlichkeiten ehrlicherweise, aber im Hub mal ausgedacht wurde. Diese Idee hat dann ihren Weg tatsächlich zu Bevestor gefunden, ist dort erstmal in einer Satelliten-App, würde ich das jetzt mal sagen, im Echtbetrieb dann verprobt worden. Und jetzt hat dieses Feature, diese Funktion, den Weg tatsächlich in die ganz normale Bevestor-Anwendung gefunden. Und das ist irgendwie, finde ich, eine ganz, ganz tolle Story, dass du hier eine Idee gefunden hast, eine Innovation im S-Hub gefunden hast und die dann ihren Weg in die Sparkassenwelt gefunden hat. Was passiert da? Das ist für mich eigentlich so eine Art Digitalisierung des Sparschweins. Wir alle kennen das noch, dass man irgendwie in der Vor-Corona-Zeit das eine oder andere Mal mit Bargeld bezahlte, dann hat man immer diese ganzen Kupfermünzen gehabt und die hat man irgendwo in einem Sparschwein gesammelt. Und ich habe mal von einer Freundin gehört, die hat dann tatsächlich irgendwann ihre Brautschuhe davon bezahlt. Manche rollen das dann vielleicht heute auch noch und geben das irgendwie zur Sparkasse und sammeln und sparen so ihr Geld an. Eigentlich ist das die Digitalisierung davon. Du verknüpfst dein Konto, deine Umsätze werden ausgelesen und nach einfachen Regeln wird letztendlich dein Umsatz jeweils aufgerundet. Und das landet alles in so einem kleinen Sparsäckelchen und so wird am Ende immer noch der ETF-Sparplan ein bisschen weiter bespart. Macht jetzt nicht so den Riesenbatzen, muss man ehrlicherweise sagen. Wenn du wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, 100, 200 Euro Sparplan laufen hast, wird das am Ende des Monats ein Ticken mehr sein. Es ist aber ein toller Ansatz, um so spielerisch einfach ein Engagement zu den Kunden zu erzeugen, die dann auch regelmäßig nachgucken, die vielleicht auch shoppen und sich dann vielleicht sogar noch ein bisschen was Gutes dabei tun, indem sie auch ein bisschen was zur Seite legen. Also ich finde, das ist ein toller spielerischer Ansatz und das ist einer meiner Lieblings-Open-Banking-Use-Cases, ehrlicherweise. Das Schöne daran ist tatsächlich auch, das ist natürlich schön, dass wir das machen als Kontainformations-Team im Hintergrund, nämlich diese Umsätze abholen. Ich finde das deswegen auch tatsächlich ziemlich schön, weil du hier eine tolle SFG-interne User Experience oder Customer Journey ehrlicherweise hast. Das heißt, die Kunden bewegen sich bei ihrem Robo-Advisor bei Bevestor und nutzen dann auch ein Konto-Informationsdienst aus der SFG und so verlässt du in dem Fall als Sparkassenkunde eigentlich gar nicht die SFG, sondern gehst eigentlich nur zum nächsten Provider, wirst wieder zurückgeleitet und kannst dann die Umsätze abfragen. Also eigentlich eine richtig tolle Journey. Man kann es aber tatsächlich auch umdrehen, was ist hier gerade der Mehrwert für die Sparkassenfinanzgruppe insgesamt. Die Alternative wäre ja tatsächlich, dass es ein sparkassenfremder Konto-Informationsdienst wäre. Das hätte tatsächlich so ein bisschen die Bedeutung, dass die Informationen, wenn es denn ein Sparkassenkonto ist, das hier verknüpft wird, kann theoretisch natürlich auch jedliches andere Konto sein, dass die Informationen einmal kurz aus der SFG rauslanden, bei irgendeinem dritten Konto-Informationsdienst landen, die by the way auch reguliert sind. Das ist also jetzt ehrlicherweise nicht so schlimm, aber natürlich ist es irgendwie ganz schön, dass du die Informationen erst mal so weit in der SFG behältst und damit hast du auch hier einen guten Datenfluss und eine gute Experience aus der SFG-Sicht heraus, dass du irgendwie auch hier die ganzen Player in einer Hand und in einer Gruppe hast. Von daher toller erster Use Case für uns, wird sicherlich nicht der letzte sein, aber für uns war es wirklich ein super Start mit der eigenen Erlaubnis als KID. Genau. Ich übergebe gerne nochmal zu dir wieder rüber, denn Open Banking, neu gedacht, heißt es ja nicht ganz umsonst. Das ist jetzt ehrlicherweise klassisches Open Banking, aber wir versuchen das natürlich in einen wesentlich größeren Kontext zu packen. Genau. Wir betrachten dabei einfach auch die gesamte Sparkassenfinanzgruppe und ich glaube, wir haben noch viel, viel mehr zu bieten als einfach nur Kontoinformationen. Wir haben, also die Sparkassenfinanzgruppe mit all ihren Unternehmen ist einfach sehr, sehr groß. Wir haben Verbundpartner, wir haben die Versicherer, wir haben die Landesbausparkassen, wir haben einfach ganz viele unterschiedliche Datentöpfe und wir haben vor allen Dingen auch, und das weiß eigentlich kaum einer, wir haben eine ganze Menge APIs. Also jeder, der heutzutage mal nach einem Geldautomaten irgendwie bei Google gesucht hat, der hat auf eine API der Sparkassenfinanzgruppe irgendwie zugegriffen. Das ist halt aus einer Endkundensicht, ist das nicht transparent. Für den Entwickler dahinter ist das aber total relevant, weil der kann dadurch einfach zusätzliche Informationen in irgendeiner anderen User-Story oder Journey am Ende des Tages verarbeiten. Und wir glauben einfach daran, und das ist das, was wir, also und deswegen, wir sind ja eine Ausgründung aus dem Sparkasseninnovation Hub, das ist das, was wir einfach in den letzten Jahren ja auch immer wieder ausprobiert haben auf unseren Symbiotikons. Also wir haben eine ganze Messehalle dafür vollgemacht und eine API zur Verfügung gestellt und noch ganz viele andere APIs, um einfach kreativen Entwicklern Möglichkeiten zu geben, Use Cases zu entwickeln. Wir haben ja nicht nur den Sparkasseninnovation Hub, wir haben ja hier mit dem Überseehub, der auch gerade hier im Raum sitzt, wir haben ja unterschiedliche Innovationseinheiten in der Gruppe und das ist ja eine Stärke, die wir tatsächlich auch haben als Sparkassenfinanzgruppe, dass wir einfach voneinander lernen können und jeder kann auch was ausprobieren und wir wollen die Basis am Ende des Tages natürlich mit unserer Open Banking-Plattformen liefern, aber wir wollen auch die Basis dafür schaffen, dass wir weitere APIs bekannt machen und quasi den, du hast das immer so schön gesagt, den One-Stop-Shop für APIs der Sparkassenfinanzgruppe aufbauen, nämlich wallace.de. Und da sind wir gerade dabei, sicherlich noch nicht alles fertig, aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt schon eine ganze Menge auf dieser wallace.de Webseite. Wir haben seit Beginn an, das hat mal mit einer ganz kleinen Webseite angefangen, wir haben schon immer die regulatorischen Access-to-Account-Webseiten für die Sparkassen, die sind in der Vererbungslehre einer jeden Sparkasse, sind die über die Internetfiliale abrufbar. Das ist immer schon eine Seite gewesen, die wir betreut haben, die wir supporten. Und das Ganze führen wir einfach auf einem zentralen Portal zusammen. Wir träumen davon, dass wir in der Zukunft einheitliche Standards für die APIs schaffen werden, die wir dann zur Verfügung stellen, dass wir Sandboxes am Ende des Tages zur Verfügung stellen, um APIs zu verproben, um deren Kommerzialisierung verproben zu können. Also gibt es dafür Bedarf? Sind dafür Drittpartner bereit, auch vielleicht Geld zu bezahlen? Können wir damit zusätzliche Erlösströme für die Institute generieren? Als Teil der Finanzinformatik ist unser Ziel, immer erstens einerseits Use Cases irgendwie zu ermöglichen und am Ende des Tages auch Erlöse für die Institute zu ermöglichen, indem wir dann diese Erlöse durchruten. Das machen wir ganz gemeinsam mit der Finanzinformatik. Die hat eine super leistungsfähige API-Infrastruktur auch aufgebaut. Damit können wir neben den Access-to-Account-Schnittstellen auch noch ganz viele weitere APIs dafür am Ende des Tages verwenden. Das Ganze ist die Bank-API der Finanzinformatik. Wir haben unsere eigene Open Banking-Plattform. Wir sind mit einigen Verbundpartnern derzeit schon im Gespräch. Wir haben auch dort weitere APIs, die wir dann anbinden können. Und wie das Ganze aussieht, ich habe hier einen ganz kleinen, schlag das doch bitte einfach selber nach, wallace.de ist wirklich einfach. Das ist, glaube ich, auch relativ sprechend. Kann man sich dann schon mal angucken, wie es so heute aussieht. Wir haben auch einen entsprechenden Onboarding-Bereich. Der entwickelt sich auch gerade sehr aktiv weiter. Dass wir da die Onboarding-Prozesse entsprechend vereinfachen. Dass wir da auch ein bisschen zu einem automatisierten Billing einfach das Ganze super schön hinbekommen. Ich habe hier gerade den PO mitsitzen von wallace.de. Ich finde, das ist ein ganz toller Move, den wir da gerade machen. Und das entwickelt sich jetzt gerade einfach Schritt, Schritt, Schritt weiter. Was ist der Benefit davon? Die APIs sind überhaupt mal an einer Stelle verfügbar und vielleicht dokumentiert. Ausprobierbar. Wir haben eine Demo-Bank gebaut. Hat auch nicht jeder am Markt. Wir können am Ende des Tages das einfach mal wirklich mit Demo-Daten, auch generierten Demo-Daten und Demo-Kunden einfach ausprobieren. Das ist halt etwas, was auch Entwicklern einfach total helfen kann, um so etwas dann auch bei sich in den eigenen Service mit einzunehmen. Und damit schaffen wir eigentlich auch die Basis für das API-Management. Also wir sind eine große Gruppe. Wir haben ganz viele unterschiedliche Sparkassen. Das Thema API-Management und den Zugriff von unterschiedlichen und die Bereitstellung unterschiedlicher APIs ist gar nicht so einfach bei uns in der Gruppe. Und das ist das, was wir versuchen zu organisieren, so einfach wie möglich für Dritte nutzbar zu machen und daraus dann am Ende des Tages Use Cases für die Institute möglich zu machen. Wir haben das jetzt direkt am Tag vier. Deswegen, also das ist irgendwie, am 1.1. haben wir das regulatorische Geschäftsmodell formal aufgenommen und der BaFin angezeigt. Am 5.10. hatten wir dann irgendwie den Go-Live, ich glaube, 5.10. von der Send-Spar-Funktion. Das ist relativ glücklich, relativ früh gekommen. Freuen wir uns sehr, dass wir da mit der Deka und der Bivesto zusammenarbeiten durften. Aber wir ermöglichen einfach auf dieser Basis natürlich noch viel, viel mehr Use Cases. Und das wollen wir jetzt auch sukzessive angehen. Wir können sicherlich noch nicht alles sagen, was wir gerade tun. Es sind ein paar super spannende Themen dabei, auf die wir uns auch gerade sehr, sehr freuen. Und ja, warum machen wir das? Ich habe das nochmal, weil insbesondere ja sehr, sehr viele aus der Organisation auch hier sind, das nochmal zusammengefasst. Wir bieten am Ende des Tages vier Vorteile. Wir bieten die Möglichkeit, einfach innovative Lösungen auch für Fremdbankkunden. Also warum auch für Fremdbankkunden? Bisher können wir mit denen nichts technisch wirklich machen. Ich habe hier Mario gerade von der KSK sitzen. Wir haben auf der Basis einfach mal eine eigene Spendenlösung aufgebaut. Das ist einfach ein Use Case. Der ist auch politisch in so einer Organisation immer erstmal relativ schmerzfrei umsetzbar. Wir haben einfach einen kleinen Button gebaut, wo man einfach relativ schnell einem Verein, einer Institution etwas überweisen kann und einfach eine zusätzliche Förderung für diesen Verein ermöglichen kann. Und dieses Snippet oder beziehungsweise diesen QR-Code, den kann ich per WhatsApp verschicken und kann einfach super schnell spenden. Das ist nichts anderes als eine Überweisung, die dahinter ausgeführt wird über unseren Dienst. Das sind aber einfach so Kleinigkeiten, die wir einfach ermöglichen können. Und wir können damit auch die 50 Prozent, die wir momentan noch nicht bei uns im Online-Banking haben, können wir damit am Ende des Tages auch adressieren und damit auch Lösungen schaffen. Ich glaube, das ist natürlich einerseits eine Möglichkeit, Kunden auch zu gewinnen perspektivisch und natürlich auch neue Erlösströme. Wir schaffen es, indem wir quasi das API-Geschäft auch gemeinsam mit der Finanzinformatik da an der Stelle bündeln und auch Use Cases bis hin zu einer Integration in US-Plus-Prozesse auf Basis von APIs ermöglichen, schaffen wir es auch tatsächlich wirklich sehr, sehr spannende Use Cases hinzulegen, die natürlich einerseits Provisionserträge für die Institute generieren, aber vielleicht auch Side-Effekts haben, wie zum Beispiel gerade das Entlasten von Einlagenkonten oder dergleichen. Das sind einfach Dinge, die wir uns da sehr, sehr gut vorstellen können, wo wir schon konkret auch mit dem einen oder anderen in Projekten sind. Da können wir, glaube ich, echte Mehrwerte für die Institute am Ende des Tages ermöglichen. Auf der anderen Seite lernen und analysieren. Das ist so ein bisschen das Motto, was wir im SAP auch immer hatten. Wir wollten was ausprobieren, wollten eine User-Journey machen, wir wollten die schnell verproben. Wir haben danach manchmal den Schritt zwei nicht gut hingekriegt, um das dann mit Technik und irgendwie im Live-Betrieb mal auszuprobieren. Das war immer wieder Neubauen. Ich habe heute mit dem Übersee-Hub gesprochen. Das ist auch ein Problem, was die hier manchmal haben, glaube ich. Und das sind einfach Probleme, die haben wir im Sparkassenmarkt mehrfach. Und ich glaube einfach, wir bieten jetzt die Basis, die Verprobungsplattformen dafür, dass genau so etwas möglich wird. Und gepaart mit unserer regulatorischen Erlaubnis, glaube ich, sind diese Use Cases auch relativ einfach möglich. Wir können damit die NPP-Prozesse in den Instituten deutlich erleichtern und ich glaube, einfach auch erstmal in einem gewissen Umfang über unsere Erlaubnis einfach auch abdecken. Und wir stellen das Ganze in einem zentralen Developer-Portal zur Verfügung. Wir wollen das am Ende des Tages weitgehend automatisieren. Das ist die Idee dahinter. Nicht, dass jedes Institut in der Abrechnung nochmal was selber machen muss und womöglich noch selber Rechnungen schreiben muss. Das soll so einfach wie möglich einfach durchlaufen. Das Onboarding soll so einfach wie möglich sein. Die Überprüfung der TPPs und so weiter und so fort. Das gesamte Infomaterial, Rechnungsstellung, Statistik, Verfügbarkeiten, all das wollen wir möglichst an einer Stelle bündeln bis hin zum Support. Und das wird im Developer-Portal-Perspektive stattfinden. Und ich glaube, da ist Wohles.de, ist im Entstehen, aber ist genau die richtige Basis dafür. Ich glaube, jetzt sind wir auch am Ende. Deswegen erstmal vielen Dank und ich freue mich auf die Fragen aus dem Publikum und auch remote oder wie auch immer man das sagt. Vielen, vielen Dank, ihr beiden, für den sehr spannenden Einblick. Und wir gehen einfach direkt in die Fragerunde über. Ich würde einmal so in die Runde gucken, wer eine Frage hat, der möge bitte die Hand heben. Dann bekommt er auch ein Mikrofon gereicht. Ah, nein, der Herr hier vorne. Ralf Schuster, ich empfehle mal Ihnen das. Ich habe auf einer Folie gesehen, dass ihr auch Depot-Konten erwähnt habt. PSC2 ist mir so als Basis nur bekannt, dass Zahlungsverkehr eingeschränkt, auch nur nicht alle Konten darüber verfügbar sind. Auf welchem Wege werden denn die Depot-Konten angebunden? FinTS. Bitte? FinTS. FinTS. Die Antwort ist ganz einfach. Also, ich gebe ja technologisch auch noch die Möglichkeit des Scrapings, also sozusagen so ein maschinelles Auslesen von Webseiten. Das ist für Depots durchaus auch mal ein gangbarer Weg, gerade wenn bestimmte Finanzinstitute kein FinTS anbieten. Das ist aber auch technisch eine tricky Geschichte. Von daher ist, glaube ich, der gangbare Weg oder gangbarere Weg, also Steigerung, ist durchaus eigentlich immer FinTS zu nutzen, sofern es denn da ist. Vielen Dank für die Frage. Weitere Fragen oder Anmerkungen? Alles wunderbar erklärt, würde ich sagen, wenn es keine weiteren Fragen gibt. Vielen Dank an euch. Vielen Dank an das Publikum. Vielen Dank an das Publikum.